Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen eine Neuheit vorstellen, die Ihnen das Waschen noch mehr erleichtern kann. Es handelt sich um das Tedidus-Konzentrat. Das Tedidus, das kennen Sie ja schon, das macht Ihre Wäsche so herrlich weich und luftig. Das neue Tedidus kann das jetzt noch besser, das heisst eben noch konzentrierter, weil es in einem Liter jetzt so viele Gewebeveredler hat wie vorher in drei Liter. Die Anwendung ist genau gleich, aber es braucht jetzt dreimal weniger als bei einem gewöhnlichen Gewebeveredler. Das Tedidus-Konzentrat, das ist natürlich auch leichter zum Heimtragen, braucht weniger Platz und ist im Preisvergleich erst noch viel günstiger. Und wenn Sie beim Waschen noch etwas für den Umweltschutz wollen, dann verwendet Sie doch das flüssige Vollwaschmittel von Coop. Es ist phosphatfrei und wäscht Ihre Wäsche von 30 bis 60 Grad. Tipptopp, super. Für eine erfolgreiche Pflege der Haut braucht es genau aufeinander abgestimmte Produkte. Weltfirmen haben darum für Beldam drei moderne Pflegelinien nach der neuesten dermatologischen Erkenntnis entwickelt. Beldam Sensitiv für die natürliche Pflege der sensiblen Haut. Beldam Exklusiv, damit der anspruchsvollen Haut Geschmeidigkeit erhalten bleibt. Und Beldam Schönes klärt und normalisiert die junge Problemhaut. Zum Kennenlernen gibt es von jeder Pflegelinie ein Probierset. Schauen Sie darum auf den Bestellschein in der Coop-Zeitung dieser Woche. Und für die Schönheit von Ihrem Haar finden Sie bei Coop Chando Classique. Der Hearspray mit Weizenkeimextrakt für normales und trockenes Haar. Chando Classique ist unvergleichbar in der Wirkung mit einem Hauch von kostbarem Parfum. Ein Hearspray für höchste Ansprüche. Faszinierende Nachtwäsche für Sie, meine Damen, finden Sie in Ihrem Coop-Warenhaus. Zum Beispiel das Kurznachthemb aus Feinfrottee. Oder das Pyjama ebenfalls aus pflegeleichtem Feinfrottee. Beides in zwei Farbkombinationen und zu traumhaften Preisen. Auch das Skifahren ist jetzt wieder aktuell. Achtet Sie darum auf den Prospekt von Ihrem Coop-Warenhaus. Da drin finden Sie alles für den Wintersport. Von der Bekleidung über Zubehör bis zu der Markenski zu tiefsten Preisen. Und was es eventuell morgen zum Mittag geben könnte, das zeigt Ihnen jetzt gerade die Studioküche. Bei Coop gibt es jetzt wieder ein reiches Angebot an Lauch. Warum nicht einmal einen Lauchkuchen? Für vier Personen brauchen wir einen Pfund Kuchenteig. Zwei Kilo Lauch, 200 Gramm Schinken, Eier, Milch, Rahm und Reibkäse. Den Kuchenteig haben wir ausgeweilt in eine Kuchenform gegeben. Und diesen mit einer Gabel gut einstechen. Den Lauch haben wir gerüstet und schneiden in zwei Zentimeter grosse Stückchen. Im Anken etwa 30 Minuten dünsten. Auch die Schinkenstreifchen gleichzeitig dünsten im Anken. Dann alles auf den Kuchen verteilen. Die Mischung aus Milch, Eier und Rahm drüber gießen. Ein paar Ankenflöckchen drauf verteilen. Und zum Schluss ein bisschen Reibkäse. Der Kuchen wird dann 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Den Lauchkuchen kann man nicht nur als Hauptspeise, sondern auch als Vorspeise servieren. Es muss nicht immer ein süsses Weih sein. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten. So, das wäre es gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie noch auf die Aktionen. Sie können viel sparen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arnichocchi, Olai, Grémont Finant, Noisette, Sport Mix Blanc, Truff und Praliné, eine Tafel nach Wahl, nur 95 Krapen. Eine Dose Ravioli à la Bolognese, statt 380, nur 82 Krapen. Wattländer Saussissons, Kilo nur 11 Franken. Tamtam Flan, Chocolat Vanille und Caramel, zwei Becher statt 1 Franken, jetzt nur 75 Krapen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Grob Citro statt 85 Krapen, nur 65 Krapen. Eine Haarasse an 12 Flaschen, sogar nur 27 Krapen. Schweizer Tafelöpfel, jede Tragtasche an 2,5 Kilo, ist jetzt 1 Franken günstiger. Auf Wiedersehen miteinander.